hallo stefan hallo folger ihr habt euch in dem aktuellen heft mit dem thema android security beziehungsweise android sicher machen beschäftigt wie kommen denn überhaupt die schädlinge auf so ein typischer weise smartphone drauf ganz unterschiedlich oft sind es natürlich fehler im android betriebssystem oder in dem mitgelieferten browser in den meisten fällen ist das dann ja chrome die können durchaus sicherheitslücken haben wenn dann halt irgendwelche module nachgeladen werden die berühmteste war ja glaube ich diese stage fright lücke wo dann halt das module was für die video wiedergabe zuständig war dann halt einfach im system schindluder treiben konnte wie nichts gutes und worüber man code einschleisen schleusen konnte davon abgesehen ist es immer ein riesiges sicherheitsproblem wenn man in den einstellungen sagt ich möchte gerne apps aus drittanbieter quellen installieren können also sprich apps die ich irgendwie per usb aufs handy drauf kopiert habe und die dann installieren möchte populäres beispiel waren jetzt die geliebten pokemon go apps die vorab im umlauf waren da waren jetzt einige bei wo dann halt irgendwelche trojaner funktionen mit drin waren die dann halt premium sms im hintergrund verschickt haben und wenn man aus zweifel auf der quelle apps installiert dann geht das recht schnell dass man auch mal ein schädling hat worauf haben die schädling ist du hast gerade schon erwähnt premium sms worauf haben die es normalerweise abgesehen ist ganz unterschiedlich es kommt auch darauf an wie weit man den begriff schädling definiert es gibt auch apps die haben halt im prinzip so ganz hartnäckige werbe der trojaner will ich jetzt nicht sagen werbe apps im huckepack irgendwie noch dass du dann halt sogar in der benachrichtigungsleiste oben manchmal spam werbung christ oder oder ständig irgendwie auf irgendwelche spam seiten umgeleitet wirst wenn du im web servst sowas gibt es tatsächlich auch oder dann halt wirklich richtig böswillige apps die halt im hintergrund kostenpflichtige nummern oder oder es anrufen oder sms verschicken das sind so die haupt schädlinge die man sich eigentlich einfängt die ersten verschlüsselungstrojaner gab es glaube ich auch schon inzwischen wobei ich nicht weiß wie effektiv die tatsächlich unter android bisher gewesen ja ich hatte so ein bisschen das gefühl dass es bislang noch proof of concept ist android macht ja unter der haube eigentlich schon relativ viel um das system sicher zu halten also jede app läuft ja in der in sozusagen in der sandbox und kann auch nicht auf speicherbereiche von anderen apps zugreifen also im prinzip solange nicht irgendein schädling sich sogar halt root rechte also administrator rechte verschaffen kann muss man sich eigentlich jetzt nicht so viel sorgen machen dass das ganze system kompromittiert und und von anderen apps vielleicht schlimmstenfalls sogar passwörter oder daten klaut aber wenn man sich jetzt irgendwo aus dubioser quelle eine alternative tastatur installiert kann das natürlich durchaus sein dass sie alle tastatureingaben mit protokolliert und dann sind die passwörter und die kreditkarten daten dann halt weg irgendwann beziehungsweise nicht weg sondern an einer stelle wo sie nicht sein sollen gibt es irgendwelche typischen anzeichen woran ich eine infektion erkenne wird das einfach langsamer oder ist es das was du gesagt hast dass die sachen dass ich dann umgeleitet werde oder also es gibt so ein paar sachen wo man wo man gucken kann dafür muss man jetzt auch nicht der super android profi sein du kannst auf jeden fall in den app einstellungen mal nachschauen da gibt es tatsächlich extra menüpunkt welche apps nutzer datenzugriff haben so heißt das wenn da jetzt plötzlich eine pokemon go app drin ist die benachrichtigungen lesen können soll oder oder bildschirmeingaben protokollieren können soll dann wäre ich schon so ein bisschen vorsichtig und dann gibt es eine zweite stelle wo man gucken kann manche apps tragen sich als sogenannter geräte administrator ein das macht zum beispiel die google eigene app mit der man sein telefon aus der ferne orten und löschen kann die hat sich als geräte admin eingetragen und wenn dort auch apps auftauchen von dem man das eigentlich nicht vermuten würde dass sie halt so weitreichende rechte brauchen dann werden sollte man schon skeptisch werden und viele apps die halt böswillige sachen im hintergrund machen wie werbung einblenden die laufen halt auch permanent die findet man in den entwickler einstellungen dann halt auch unter aktive prozesse und das kann schon dazu führen dass die beispielsweise den akku schneller leer saugen oder dass das handy insgesamt ein bisschen lahmer reagiert einfach weil da sachen im hintergrund permanent laufen und die unwesen treiben ihr habt ja jetzt extra security suite die haben sie jetzt sogar bis zu android geschafft euch angeguckt wie ist da dein eindruck der war ein wenig durchwachsen ehrlich gesagt also die arbeiten im prinzip wie die virenscanner am pc auch die haben eine heuristik wo sie schädliches verhalten versuchen von sich aus zu erkennen und der rest läuft tatsächlich über über viren signatur datenbanken die regelmäßig nachgeladen werden die muss irgendwer pflegen was ein grund ist weshalb diese security speeden eigentlich alle jährlich gebührkosten bis auf eine ausnahme und einmal installierten schädlingen haben die eigentlich alle im prinzip sehr zuverlässig erkannt aber das problem war tatsächlich er musste bis auf einen eine rühmliche ausnahme musste erst mal installiert werden also wir hatten zum beispiel eine von diesen verseuchten pokémon go apps die eine zeitlang im umlauf waren und die ließ sich eigentlich durch die bank weg problemlos installieren währenddessen also schon beim runterladen hat keiner der der wächter angeschlagen beim installieren hat keiner der wächter angeschlagen und dann irgendwann später als wir die app benutzen wollten fiel denen dann plötzlich auf auf die ist böse die wir nämlich gerade in der sms verschicken die dich drei euro 50 kostet hinterher da haben wir uns nicht so richtig sicher gefühlt und an anderer stelle war es sogar eher so dass die apps dadurch dass sie sehr viele funktionen haben auch sachen die man eigentlich mit bordmitteln prima hinbekäme wie zum beispiel handy ordnen oder fernlöschen dass die apps letztlich sehr unübersichtlich gewesen sind dass man mit vielen menüpunkten als laie gar nicht so genau weiß brauche ich das was soll mir das bringen und an manchen stellen lagen die mit ihrer einschätzung einfach auch falsch und haben dann vermeintlich ganz harmlose apps wie den firefox browser oder unsere ct-app als potenzielles als potenzielles sicherheitsrisiko gebrannt markt weil diese apps sich hat einfach systemrechte zugesichert haben die dividieren scanner oder die security siten als kritisch angesehen haben okay das heißt also konkret jetzt bei bei den apps also firefox der browser braucht natürlich extrem viele rechten wenn man es runterladen möchte soll das gespeichert werden deswegen erfordert er zugriff auf die speicherkarte firefox kann man über mehrere geräte synchronisieren deswegen möchte er einen nutzerkontenzugriff haben und das hat für die meisten halt schon gereicht bei diesem privacy app scan den die alle mitbringen zu sagen ohne firefox ist ganz böse den würde ich lieber deinstallieren und das ist natürlich mumpitz firefox ist sicher zumindest wenn er aus dem google play store installiert wurde genau das ist ja das ist ja das problem ich meine solche apps sei es jetzt auf dem smartphone oder auf dem pc die müssen natürlich immer irgendwie gewissen kompromiss schließen und erst mal sagen okay bis dahin und nicht weiter und dann dann halt solche sachen dabei sind wie gesagt dinge die halt recht weitreichende funktionen benötigen dann hat man natürlich oft false positives das ist klar das stimmt aber an anderer stelle wo halt wirkliche sicherheitsrisiken waren wurde wiederum nicht gewarnt weswegen wir uns mit dem fazit auch ein bisschen schwer getan haben also dem unbedarften nutzer der sagt ich will mich damit nicht beschäftigen ich will nur dass es läuft und mir da keine gedanken drüber machen und ich möchte sicher sein für die sind diese sweeten teilweise problematisch weil sie wie gesagt sehr viele funktionen haben und deswegen ein bisschen unübersichtlich sind an vielen stellen tatsächlich auch vor gefahren waren wo gar keine sind und an anderer stelle power nutzer die sagen ich möchte apps aus drittquellen installieren weil ich vielleicht selber auch mal welche programmiere die haben eigentlich auch keinen sicherheitsgewinn weil große einfallstore wie die erlaubnis apps aus drittquellen apps die sich als geräte administrator eintragen entsperrte bootloader das hat die security suite und alles überhaupt nicht interessiert also da waren die der meinung das ist okay das tut nicht weh und das ist ein bisschen schade gewesen ja aber grundsätzlich ist es schon so dass man durch die suite einen gewissen gewinn hat und naja wenn ich dann halt aber mehr damit beschäftigen muss eigentlich schon also wenn jetzt tatsächlich so eine lücke wie die stage fright die weit geklafft hat und wo wirklich nahezu 90 prozent aller android geräte ja teilweise von betroffen gewesen sind wenn du dir über so eine lücke jetzt eine schädliche app einfangen würdest die dann halt hinter deinem rücken tatsächlich auf dein handy runtergeladen und dort installiert wird dann würden die scanner sie dann irgendwann finden ohne diesen scanner hättest du das vielleicht so schnell überhaupt nicht bemerkt auf der anderen seite ist es halt tatsächlich so wenn du ein paar grundregeln beherzt nämlich apps nur aus dem playstore oder vielleicht noch aus dem amazon store zu installieren und ansonsten das normale erst denken dann klicken beherzigst kann dir normalerweise bei der android sicherheitsarchitektur so viel gar nicht passieren also wer ein bisschen vorsicht walten lässt braucht eigentlich nicht einen virenscanner für zehn euro aufwärts im jahr wir sprechen uns in einem jahr wieder würde ich sagen vielleicht auch früher oder auch früher danke bitte